Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Wir haben uns heute wieder versammelt, um über es zu sprechen. Die ersten zwei Folgen dazu könnt ihr schon anhören, wenn ihr das möchtet. Wir verlinken sie euch natürlich. Aber wir wollen natürlich dieses Epos auch vernünftig und angemessen zu einem Ende bringen. Und dafür habe ich mir wie üblich in den letzten zwei Folgen die Chloe eingeladen. Hallo Chloe, es ist schön, dass du da bist. Guten Tag, freut mich auch. Außerdem habe ich wie üblich den wundervollen Flo dabei. Hallo Flo. Hallo Dela. Und den ebenfalls wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ja, liebe Freunde, ihr könnt euch jetzt auf eine wahrscheinlich recht interessante und sehr kontroverse Folge freuen. Denn wir werden heute das Finale von Es besprechen. Und wenn ihr euch für die Charaktere, für die Stadt und auch für die ersten zwei Teile des Inhalts interessiert, dann hört einfach an die ersten Folgen rein. Da gibt es auch die zeitliche Einordnung. Bei uns geht es jetzt in dieser Folge direkt mit dem Inhalt weiter aus den nächsten Teilen. Und da würde ich sagen, Jonas, tut deine Arbeit. Wir sind angekommen bei Teil 4 des Buches und der spielt hauptsächlich im Jahr 1958. Wir erfahren von einer Steinschlacht, in der sich die Freunde erfolgreich gegen Henry Bowers und seine Kumpane zur Wehr setzen und die dann auch zu ihren Tonfeinden werden. Und seit dieser Schlacht gehört auch Mike zum sogenannten Club der Verlierer. Also sind jetzt alle sieben komplett. Alle geben nacheinander zu, dass sie Pennywise in der einen oder anderen Gestalt schon begegnet sind. Ja, und sie kommen auf die Idee, mit Hilfe eines indianischen Rituals und viel Rauch eine, ja, sich Halluzination hinzugeben. Und Ritchie und Mike bekommen dann auch eine Art Vision. Sie sehen, wie Pennywise in prähistorischen Zeiten von irgendwo außerhalb des Universums nach Derry kommt. Äh, ja, ansonsten, Eddie wird von Bowers und seinen Freunden verprügelt und kriegt den Arm gebrochen. Beth sieht, wie Patrick Hockstetter von einem Schwarm Blutegel getötet wird. Das ist auch einer von Bowers Leuten. Äh, ja, irgendwann bestießen die Freunde, es mithilfe einer Schleuder und Silberkugeln zu bekämpfen. Sie können es dann auch in Form eines Wehrwolves verwunden und um die Schlucht zu schlagen. Aber allen ist klar, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist. Dann folgt ein Zwischenspiel. Wir lesen die Geschichte von Claude Herrault, einem Gewerkschafter, der sich in einer Bar mit einer Axt sehr blutig für den Mord an zwei seiner Genossen recht. Äh, und die meisten Gäste genießen währenddessen unberührt ihren Abend und beachten das alles gar nicht. Ich glaube, wir müssen über einiges reden. Da kennst du recht. Wie war denn erstmal euer erster Eindruck von diesem Teil? Ähm, ich muss sagen, ich habe hier doch wieder ein bisschen mehr Spaß gehabt. Es wird wieder etwas düsterer. Es wird auch wieder etwas konfliktgeladener. Äh, ich habe mit dem Teil durchaus keinen Spaß gehabt. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe mit Teilen dieses Teils riesengroßen Spaß. Ähm, ich mag es auch, wie du sagst, dass es wieder düsterer wird und dass die Spannung steigt. Ich habe aber mit manchen Teilen, ähm, aber auch wirklich Probleme. Ähm, gerade das Ritual von Jude und sowas, da ist mir doch ein bisschen viel wirres Zeug dabei. Was? King schreibt wirres Zeug? Das ist doch wohl was ganz Neues. Chloe, wie ging's dir? Ja, ich würde mich dir anschließen. Ich fand, das war sehr King-ähnlich, was er da geschrieben hat, besonders jetzt die Szene. Mit der Axt hat mich auch eine Szene aus Need for Things, beziehungsweise in einer kleinen Stadt erinnert. Sehr blutig, äh, ja, sehr King-ähnlich auf jeden Fall. Also hat mir gefallen auf jeden Fall. Okay, und Jonas, bei dir? Ähm, ja, es kam mal ein bisschen Bewegung rein. Es, halt die Handlung von 58 wurde ein bisschen fortgesetzt. Man erfährt mehr von den Umständen auch, halt diese Steinschlacht, wo dann Mike dazukommt, wie die, ja, da mit Böllern sich gegenseitig bewerfen. Und, ja, ich meine, Steinschlacht kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich kenne auch Leute, die sowas getan haben. Aber, äh, ja, aber ja, auch dieses Treat-Ritual und die Vision, das ist alles, ja, muss man so hinnehmen, muss man nicht gut finden. Okay, Flo? Was mir an der Steinschlacht besonders gefällt, also erstmal ist das sowieso eine Szene, die ich sehr mag, ähm, ist, dass es sich ab hier auch tatsächlich diese Handlungsebene komplett anfühlt. Weil bis jetzt war ja Mike so außen vor, jetzt ist die Gruppe endlich, äh, vollständig. Das wird im Buch auch schön beschrieben und es fühlt sich auch für mich beim Lesen so an. Ähm, vielleicht, weil man vorher schon diese Gruppe gesehen hat, als Erwachsene, dass es jetzt einfach zusammenpasst. Hm, na, das ging mir auch so. Also, ich hab mit der Szene, mit der Steinschlacht selber auch wieder nicht so richtig viel anfangen können. Aber dass, ähm, Mike jetzt, und das ist eigentlich zu einem echt späten Zeitpunkt im Buch, zu dem Zeitpunkt jetzt erst, äh, in die Truppe wirklich reinwächst. Und man merkt halt wirklich, wie das ineinander klickt. Also, wie es ab jetzt wirklich eine Einheit ist und ein richtiges Cut hat, das auch nur noch der Tod auseinanderbringen kann. Ähm, das fand ich sehr schön. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass Mike eben auch zu der Zeit als Kind schon seinem, seinem Anspruch als Chronist, äh, gerecht wird. Denn er ist ja der Erste, der, ich glaube, von seinem Papa diesen Holzschnitt, äh, organisiert, wo eben dargestellt wird oder gezeigt wird, dass es schon immer in dieser Stadt, äh, gelebt oder gewirkt hat zumindest. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant als Szene, dass wir eben wirklich von Anfang an hier die verteilten Rollen haben. Wer was ist, wer was macht und wer wie reagiert. Ähm, ich möchte hier ein Zitat vorwegnehmen. Ähm, Bill glaubte fast, ein Klicken zu hören. Das letzte Teilchen war soeben in einer Maschine unbekannter Funktion eingefügt worden. Er bekam eine Gänsehaut und ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Jetzt sind wir komplett, dachte er. Genau. Und so fühlt sich das für mich auch an. Also ich, äh, finde das ziemlich gut beschrieben. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, ab dem Moment finden auch wirklich komplett alle ihre Funktionen in der, in der Gruppe. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder theoretisch sich noch verabschieden könnte, auch wenn sie es vielleicht nicht tun würden. Aber ab jetzt sind sie wirklich unzertrennig damit verbunden und durch ihre Mission gebunden, sag ich mal. Aber auch hier, und das fand ich auch wieder ganz nett, äh, sie gucken ja dann wieder dieses Fotoalbum durch, wo eben die Geschichte der Stadt so ein bisschen gezeigt wird. Und hier, ähm, wird ja dann wieder die Sache ein bisschen gruselig und alles ist nicht gut und doof. Und auch hier ist es dann wieder, der Feigling, der sich auch wegräumt, der die Augen und das Album verschließt, als es eben seine Ängste konfrontiert. Das heißt, es zeigt sich schon als Kind, dass er derjenige sein wird, der sich dem wahrscheinlich nicht stellt. Dann würde ich sagen, reden wir doch über dieses lustige Raucherdual. Das Raucherdual und den ganzen Remborium, der da drumherum veranstaltet wird, der hat sich mir auch eher nicht erschlossen und das war mir auch alles ein bisschen zu überdreht. Und diese Vision selbst, die soll ja beeindruckend sein. Aber ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe sie so ein bisschen unter dem Kontext des Turms und des Flitzerdunkels, aber dafür, dass die Szene beeindruckend sein soll, verpufft die bei mir in Konfusität. Geht euch das auch so? Ja, mit dem Unterschied, dass ich sie auch im Zusammenhang mit dem Turm nicht verstehe, weil ich den halt nicht so richtig kenne. Naja, du bist halt noch nicht so weit. Das kommt, das ist normal. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie dieses Ritual durchführen wollen. Wie sie überhaupt auf die Idee kommen. Nur weil Ben da irgendwas gelesen hat, das, ja, alles sehr, sehr komisch. Geht mir genauso. Ich habe ja im ersten Teil dieser Folge versucht zu erklären, wo es herkommt mit diesem Makroversum und dem ganzen Kram. Und bin da ja schon glücklich gescheitert. Ich glaube, man kann es auch, man kann es für sich irgendwie ein bisschen versuchen zu verstehen, aber das Ganze wirklich logisch irgendwie zu, ja, in Worte zu fassen. Ich glaube, dazu ist es wirklich viel zu kunstlos. Naja, und vor allem war es mich halt so ein bisschen, und das ist das Grundkonzept, was mich daran stört. Also, gehen wir davon aus, das ist eine Entität aus dem Flitzerdunkel. Ich könnte wesentlich besser damit leben, wenn es, sagen wir mal, in Dowie ein Portal gibt. Und es lockt, weil es Hunger hat zum Beispiel, durch seine Bosheit oder was auch immer, Menschen, Dinge, was auch immer an, die einerseits sich gegenseitig umbringen und so weiter und so fort und zieht sich halt ab und zu mal ein in dieses Flitzerdunkel mit rein. Damit könnte ich leben. Das wäre prima, das ist okay. Was aber für mich schon wieder völlig unruhig ist, ist eben die Tatsache, dass es von einem, irgendeinem, wie auch immer gearteten, außerhalb aktiv auf diesen Teil der Erde kommt und dort was auch immer macht. Und es kann sich aber gleichzeitig wieder in dieses Makroversum zurückziehen. Also, mir fällt diese ganze... Ich glaube, da wollte er eine Idee, die er später dann mal ausformuliert hat, schon mal anteasern. Oder zumindest hat er die schon zu dem Zeitpunkt im Hirn gehabt. Aber er war noch selber zu blöd, sie umzusetzen und für sich selber auszuformulieren. So kommt mir das vor. Also, ich sehe das so, dass es tatsächlich so ist, wie du beschrieben hast. Dass diese Wesenheit, vielleicht nicht unbedingt mit dem Portal, aber irgendwie doch an den Ort Derry oder an den Ort, wo Derry dann entstanden ist, gebunden ist. Das sehe ich schon so. Also, es ist nicht jemand, der sagt, heute komme ich mal dahin und fresse mal ein paar Leute oder so. Das sehe ich schon. Aber ich weiß nicht, ob du auch den Buick angespielt hast. Den habe ich mich gerade auch sehr erinnert gefühlt in deiner Beschreibung. Dieses Portal in eine sehr feindliche Welt, das ab und zu sich mal was holt. Genau. Und wie gesagt, damit könnte ich auch prima leben. Aber gut, es wird ja auch erwähnt. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene verstanden habt. Es gibt ja diese Szene in der Vision, wie etwas zu Zeiten der Dinosaurier, in Anführungsstrichen, auf die Erde stürzt. Und es wird vermutet, das wäre es. Und das ist eigentlich die Szene, die mich daran so massiv stört, weil es dem Grundkonzept widerspricht. Aber man kann natürlich auch sagen, das ist einfach nur die begreiflichste Metapher, die zwei elf-, zehnjährige Kinder begreifen können. Ich will das Ganze einfach so interpretieren, dass es aufzeigen soll, dass diese Wesenheit tatsächlich schon seit Anbeginn der Zeit da war. Gut, dass es auf die Erde stürzt, diese Raumschiff-Ausländische Nummer. Nein, das passt überhaupt nicht zu dem Konzept. Das passt auch zu späteren Sachen überhaupt nicht. Wobei wir ja auch noch Auswärtischen begegnen werden, auch in näherer Zukunft. Juhu. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, ich denke, für mich ist das kein Raumschiff. Für mich ist das vielleicht das erste Mal, dass sich das Tor öffnet, wirklich zwischen diesen Welten, vielleicht zwischen unserer neuen Welt und dieser schon ewig existierenden Makroversumswelt. So interpretiere ich das. Aber wie gesagt, es ist alles sehr, sehr, sehr wehr. Und das Nächste, was mich hier auch wieder ein bisschen stört, diejenigen, die dieses Rauchritual durchhalten, sind Mike und Ritchie. Und auch hier haben wir wieder den klassischen Probe des Magic League World. Also Mike hat sonst keine Funktion, aber ausgerechnet her, hier ist er derjenige, der den Flow bewahrt. Widerspreche ich dir mit keiner Funktion? Wir hatten ja schon gesagt, er ist der Chronist. Nee, sag ich ja. Also er hat ja eigentlich nichts, außer eine Funktion zu sein, aber er hat keinen Charakter. Und auch hier ist er wieder nur das Abziehbild eines Charakters, in dem er eben der Magic Niko ist. Das meine ich doch nicht. Man gibt dem einfach keine Chance, einfach mal das Kind zu sein. Da wird ab und zu mal verprügelt. Das war's aber auch. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir doch über die nächste Szene. Hier wird nämlich Eddie mit seiner Angst, einerseits Keime und so weiter und so fort und so weiter, konfrontiert, aber auch als Henry ihn dem abbringt, in einer recht deutlichen Konfrontation mit seiner Mutter gefangen. Denn sie will ihn ja durchaus dazu zwingen, den Kontakt mit den anderen Kindern jetzt gefälligst endlich abzubrechen, weil die sind ja eh alle nur ein schlechter Einfluss für ihn und guck mal, was sie dir angetan haben und so weiter. Und das finde ich interessant. Er ist hier in der Szene der Erste, der aktiv gegen seine Umwelt aufbegehrt. Wir hatten vor uns schon, dass Mike der Erste ist, der gegen S aufbegehrt, indem er diesen Stein auf den Vogel schmeißt. Aber Eddie ist der Erste, der gegen das weltliche Böse quasi ankämpft. Nur leider wird er diesen Kampf auf lange Sicht seines Lebens verlieren. Dennoch hat dieses Kapitel Eddie für mich viel sympathischer gemacht, als er vorher war. Hier merkt man so richtig die Charakterentwicklung, dieses Ausbrechen aus der Kindheit und sich seinen Eltern entgegenstellen, was ja später noch viel, viel, viel intensiver betrieben wird in dem Buch. Ja, auf jeden Fall. Aber hier fand ich auch wieder die Gruppendynamik von den Kindern sehr schön, dass sie sich eben nicht auseinander treiben lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, hätte das so funktioniert, wenn diese Szene gewesen wäre, bevor Mike den Ring schließt? Ich glaube, dann hätte es nicht funktioniert. Nein, dann war es noch nicht komplett. Das denke ich auch so. Ja, und dann fassen wir natürlich den Plan, Silber-Menüsen zu gießen, um Pennywise damit zu erschießen, weil Silber hilft ja bekanntlich gegen alle Monster. Interessant ist ja, dass Beth als die beste Schützin gilt, sogar noch besser als Bill. Und deswegen, obwohl sie ja das Mädchen ist, das ja eigentlich beschützt werden müsste, ist da eigentlich überhaupt keine Diskussion gibt, dass sie das machen soll. Und das fand ich das erste Mal wirklich cool. Julia, wie ging es dir? Da würde ich mich anschließen, also da kommt eben raus, das kommt wirklich die echte Frauen-Power raus, die Beth auch irgendwie für mich verkörpert, teils jedenfalls, und dass sie eben kein verletzliches Mädchen ist, sondern dass sie das eben auch kann, das finde ich toll, dass es hier so eine Wendung genommen hat. Aber natürlich haben wir dann gleich im Anschluss eine sexuareale, ja, verlierte Szene mit Beth, wie das halt nicht anders sein kann, denn sie erwischt Patrick, wie heißt er, Patrick Hockstatter? Ja. Mit Henry, als die beiden, oder beziehungsweise als Patrick ihm mehr oder weniger anbietet, ihm einen runterzuholen. Und Beth war halt in den Bounds, um Schießen zu üben und beobachtet diese ganze Szenerie. Sie hat dann auch eigentlich unbewusst wirtschaftliche Angst, was jetzt passieren würde, wenn die beiden sie entdecken, und verkriecht sich in einem Auto und muss die ganze Zeit gegen ihr nervöses Kichern und gegen ihre eigene Blase kämpfen. Ähm, ja. Es ist auch hier wieder eine sexuelle Komponente, warum auch immer. Was soll das? Habt ihr da eine Theorie? Das hab ich, ehrlich gesagt, auch nicht verstanden. Es war so ähnlich wie die Szene, die noch kommen wird in der Kalonisation, diese Orgie da. Ich verstehe den Bezug da nicht wirklich. Vielleicht einmal die Sache Furze anzudenken, kann lustig sein, gerade in dem Film. Das ist genehmigt. In dem Album ist das genehmigt. Äh, ja. Und dann, äh, wie es weitergeht, ich, ich müsste jetzt mutmaßen, dass, äh, King auch, ja, auch diese Comic-of-Age-Szene, äh, darstellen kann, dass es, äh, auch da vielleicht eine Homosexualität, äh, entdeckt. Oder ähnliches. Das, das, das verstehe ich vollkommen. Da, da, meinetwegen. Und eben auch gerade diese Stigmatisierung. Ich mein, äh, äh, Henry will ihn ja mehr oder weniger dafür schon fast umbringen. Ähm, das sehe ich ein. Die Szene hat ihre Berechtigung. Aber diese, diese Angst, die bei Beth mitschwingt, was die jetzt mit ihr machen, wenn sie sie dabei entdecken, dass sie die dabei entdeckt hat. Ähm, die hat nicht nur diese, oh, ich habe jetzt was gesehen, was ich nicht sehen sollte, sondern für mich schwingt da schon wieder, der hat da noch einen stehen und ich weiß nicht, was er da mitmachen würde. Ähm, das sehe ich nicht so. Für mich ist das eher dieses, oh, Sexualität, das hat was Verbotenes. Wenn die mich jetzt erwischen würden, oh, was würden die da mit mir machen? Ähm, natürlich ist das möglich. Also, Patrick Hoxletter wird ja auch hier näher beleuchtet und er ist ja ein kompletter Psychopath. Eben. Der ja auch seinen eigenen Babybruder ermordet hat und auch Tiere tötet in einem Kühlschrank. Ähm, Kühlschränke sind ja auch so Geschichten, die hatten wir schon öfter. Äh, aber, ähm, was du da sagst, würde ich jetzt nicht so rein interpretieren in diese Szene. Okay, dann liegt das bei mir tatsächlich wirklich ein bisschen an diesem wirklich übertretenen Sexualkontext, den es wahrscheinlich durch die Filme auch hat. Kann durchaus sein, dass ich das dadurch noch ein bisschen mehr reinlese, als es da ist. Ich denke auch, weil die Szene spielt ja auch nicht allzu lang nach dieser Steinschlacht und, ähm, also, natürlich hat sie Angst davor, wenn sie allein diesen zwei Jungs begegnet, ähm, dass die sich jetzt rächen werden. Aber direkt jetzt, sagen wir mal, meine Angst vor der Vergewaltigung sehe ich jetzt hier nicht als Hauptgrund, äh, warum sie sich versteckt, warum sie Angst hat. Naja, aber was für mich da mitschwingt ist dieser Punkt, äh, wie soll ich sagen, als, als Henry Hockstetter damit mehr oder weniger droht, äh, dem, ja, also er will ihm ja schlicht und ergreifend mehr oder weniger was tun, aber ist erstmal zu perplex dazu. Und, ähm, er weiß also, dass dieses, es ist immer blöd in einem Kinderkontext darüber so zu reden, aber, äh, er, er empfindet oder er weiß, dass diese, in Anführungsstrichen, Homosexualität oder diese homosexuelle Handlung was tabuisiertes ist. Und gerade in seiner Erziehung, wie Henry nun mal so ist, ist für mich der nächst logische Schritt, dass es dann quasi nicht nur seine Reaktion wäre, da hat mich dabei ein Mädchen gesehen, die muss ich jetzt tot hauen, sondern ich muss jetzt gleichzeitig beweisen, dass ich ja ein Mann bin, ein Volldarmann bin, weil die Schwuchtel, wie gesagt, ich zitiere aus dem Buch, hat mich ja gerade zu einer Schwuchtel machen wollen, so sinngemäß. Versteht ihr, was ich meine, weshalb das für mich so ein Mitsprung hat? Verstehe ich, sehe ich aber nicht so. Okay. Also im ersten Teil, äh, Zeugen loswerden, ja, aber den zweiten nicht. Okay, gut. Schließe ich mich Jonas auch an, ja. Naja, aber dann kommen wir zur nächsten wirklich grandiosen Szene und die hat mir auch sehr viel an diesem Buch gerettet, denn, ähm, sie entkommt dann eben diesen zwei Typen und wird Zeuge, wie Patrick Horkstatter zurück zu seinem Kühlschrank, zu seinem Haus der Freuen geht und dort von einem Schwarm fliegender Blutegel oder fliegender Fliegen mit Blutsaugerfunktion äh, ausgesaugt wird. Und das ist eine der ekelhaftesten Szenen im ganzen Buch. Ja, toll, gell? Die ist fantastisch, ich mag die Szene. Ich auch. Weil das so ein richtig, richtig schön, bisschen over the top Horror ist. Und wie immer sind es die Augen, warum müssen es immer die Augen sein? Weil es so sein muss. Wie fandet ihr die denn? Äh, äh, Flue? Ja, da schließe ich mich an, also ich fand es auch eine sehr interessante Szene. Habe ich sehr gerne gelesen und, ähm, ich finde, das hat auch so ein bisschen so einen Karma-Charakter gehabt. Fand ich auch lustig. Okay, Jonas? Äh, ja, sie war eklig. Mehr kann ich, glaube ich, nicht sagen. Interessant war dann dabei, dass, äh, halt die, äh, Silber oder die, die Kugel doch was trifft, obwohl es eigentlich hätte daneben gehen sollen, aber äh. Ansonsten, das war eigentlich das, eigentlich Interessante an der Szene. Ähm, also zu dem eklig muss ich sagen, ja. Und zwar eklig einfach nur aus dem Grund, um eklig zu sein. Und ganz ehrlich, das gefällt mir in diesem Kontext. Ja! Ja! Und, äh, mit der, der Kugel, die trifft, obwohl es ja daneben gehen sollen, ähm, das sehe ich jetzt hier, wie wir schon hatten, mit, ähm, mit dem Niespulver oder auch später mit der, dem Asthmaspray, ähm, der Glaube daran zu treffen, sorgt dafür, dass die Kugel trifft, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. So, so sehe ich das. Aber glaubt sie denn wirklich dran, weil sie spürt ja, sie hat daneben geschossen, dann trifft es trotzdem. Also ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ja, es geht darum, dass ich es beim Moment des Abschießens geglaubt habe, dass es funktioniert. Ja, okay, gut. Es ist auch wieder das, äh, zwischen Glauben, Glauben, Wünschen und sich in der Fantasie vorstellen, es muss jetzt treffen. Die Diskussion hatten wir ja schon mal so ähnlich. Ja. Ja. Also diese Szene mag ich eigentlich mit diesem ganzen Kühlschrank-Geschichte. Gibt uns bitte mal wegen den Kühlschränken eine kurze Zusammenfassung. Kühlschränke, das erste Mal tauchte ein Kühlschrank in unserem geliebten Wäschemangler auf. Da gab es ja auch schon Geschichten, wie Leute im Kühlschrank gestorben sind. Hier in S taucht der Kühlschrank ja in verschiedenen Funktionen auf. Ich glaube, da waren wir noch nicht, dass Mike Henlon den abgetretenen Kopf von Stan Yuris in einem Kühlschrank findet zum Beispiel. Natürlich diese Szene. Und als der Club später zu dem Kühlschrank nochmal geht, dann ist er auch voll von blutigen Pompons, das als Warnung sind. Außerdem kommen Kühlschränke in Sarah vor und in Shining. Da gibt es auch die Warnung von Jack Torrance und seinem Sohn nicht hinweggeworfen, Kühlschränken zu spielen. Ich glaube, das war tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, wirklich mal so eine Kampagne in den USA, weil die eben so ein Fabrikat tatsächlich hatten, dass du von innen nicht mehr aufmachen konntest, weil es verriegelt ist. Genau. Das war früher scheinbar tatsächlich ein Problem bei alten Kühlschränken. Wenn du da reingeklettert bist, warst du eingesperrt und kamst nicht mehr raus. Jetzt muss ich euch aber mal ernsthaft fragen. Ich weiß, ihr seid normalere Kinder gewesen als ich und ihr wart abenteuerlustiger aus Gelegenheit. Aber widerspricht es nicht schon dem gesunden Menschenverstand in einen leeren Kühlschrank zu klettern? Nicht, wenn du Kind bist. Nee, du wolltest dich ja irgendwo verstecken, wenn du verstecken spielen willst oder sowas. Dann grab ich mir eine Höhle, aber dann gehe ich doch nicht in den verschlossenen Kühlschrank. Wenn du mit mehreren Leuten verstecken spielst, hast du keine Zeit, dir irgendwas zu graben. Da gehst du in alles rein, wo du Platz findest. Na gut. Aber das finde ich, ich würde zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe ein Problem mit Schränken per Definition. Ich würde mich zum Beispiel auch nie im Schrank verstecken. Da hätte ich viel zu viel Schiss, dass mich was holt. Ich hätte Angst um das Monster im Schrank, wenn du da reingehen würdest. Chloe, wie geht's dir? Würdest du dich beim Versteckenspiel in einem Kühlschrank verstecken? Ich würde es nicht machen, aber... Gut, und da sind wir wieder an dem Punkt, warum Frauen länger leben als Männer. Hättest du es vor fünf, sechs Jahren gemacht? Sieben, acht? Wahrscheinlich auch nicht, aber... Du bist komisch. Ich verstehe es, also ich verstehe, warum das ein mögliches Versteck ist, aber ich hätte dann doch eher den Schrank gewählt als den Kühlschrank. Auch wenn das nicht mein Lieblingsversteck gewesen wäre, sage ich mal so. Okay. Ja, ähm... Und dann kommt es in unserem tollen Roman zur ersten wirklich physischen Konfrontation mit S als Gruppe, nämlich im Abbruchhaus. Und hier siegt Bill mit seiner Rationalität, in dem er eben allen ihre Panik wegrationalisiert und ausredet und erklärt, dass das alles nur in ihrem Kopf passiert. Beth allerdings ist diejenige, die tatsächlich physisch siegt mit physischer Kraft, indem sie eben den Schuss trifft. Aber es ist nur ein halber Sieg, es wird nur in die Frucht geschlagen und nicht zerstört. Ja, erster, epischer, kleiner Zwischenkampf. Meinungen? Ich finde das epischer, kleiner Kampf ein sehr schönes Buch. Ja, ich mag die ganzen Szenen hier. Es ist aber irgendwie relativ schnell klar, ich meine, man weiß natürlich, das Buch geht noch viele hundert Seiten, dass es nicht das große Finale sein kann. Aber es ist eine interessante Szene und mich wundert's, um ehrlich zu sein, dass von den Kindern, dass die nicht mehr Schaden davon tragen. Genau, ging mir auch so. Habe ich mich auch gewundert. Aber generell muss ich sagen, fand ich diese Szene doch enttäuschend blutleer. Also nicht nur im wirklichen Sinne, sondern insgesamt. Sie war mir etwas zu blass. Ich habe es auch nur noch sehr schemenhaft vom Auge. Also es ist jetzt nichts herausstechendes passiert, an das ich mich erinnern könnte. Ich weiß, es gab den Kampf, es ist wieder verschwunden und ja, das war's. Ja, da würde ich mich Jonas auch anschließen. Also ich finde, es war auch nur ein Kampf, jetzt nichts wirklich herausstechendes oder so, an das ich mich jetzt erinnern würde. Naja, das Einzige, was wir halt hier jetzt wirklich lernen, ist die Tatsache, dass es wirklich eine direkte Verbindung zum Kanal, zur Kanalisation gibt. Und dass wir dadurch jetzt wissen, wo wir ernsthaft suchen müssen, wenn wir uns denn wirklich einen richtigen Kampf stellen wollen. Ja, das stimmt, das ist mir aber gar nicht so aufgefallen, weil das wahrscheinlich durch die Filme schon klar war für mich. Ja, also es ist mehr Mittel zum Zweck als tatsächlich schon Entscheidung, würde ich auch mal sagen. Ja, aber wie gesagt, das geht mir echt zu glatt ab, also das müsste eigentlich, müsste mehr passiert sein. Ja, hier hätte zum Beispiel der gebrochene Abend eigentlich auftauchen müssen, das denke ich auch. So, genau, und dann kommen wir eigentlich schon zum Zwischenspiel in der Bar. Und das, muss ich sagen, fand ich grandios. Das war eine der besten Szenen im ganzen Buch, neben der Szene mit dem Blut aus dem Abfluss und neben der Geschichte mit den fliegenden Blutsauern und Blutegeln. Ich fand die lustig. Die hatte so, die war schön dunkel, die war schön zynisch, die war so auch politisch ein bisschen und gleichzeitig so fröhlich, diese Baratmosphäre, wie sie so nebenbei sich unterhalten und wir Bier trinken und da rannt halt einfach mal einer durch die Akte durch die Gegend und haut Leute kurz und klein. Ich fand die gut. Ja, ich fand auch, sowas musste auch nochmal kommen, also so eine Szene, weil die meiner Meinung nach in jedem Stephen King-Buch irgendwie mal vorkommt irgendwann und jemand wirklich aus dem Nichts so verletzt wird und es so blutig wird und dann genauso schnell wie sie angefangen hat auch wieder endet. Ja, doch, ich kann mich euch da voll anschließen, war eine schöne kleine Geschichte, ich kann es mir richtig vorstellen, irgendwie ein Kerl sitzt am Klavier, spielt die ganze Zeit unbeeindruckt weiter und der Claude zerteilt die Leute mit seiner Axt. Das ja, irgendwie so Tarantino-esk. Ja, und vor allem hier haben wir halt auch wieder das Element erstens des aktiven Wegsehens, wie es ja in der Stadt generell Status Quotus und das zweite ist auch hier wieder, es ist so ein Selbstjustiz-Ding. Also man kann nicht mal sagen, dass der Typ jetzt per Definition ein Unrecht ist, der da Leute kurz und klein hat. Er sollte es halt nur im besten Fall nicht selber machen. Ja, genau. Also es hätte auch wieder eine schöne Kurzgeschichte gegeben. Oh ja, die hätte ich gern gelesen. Die hast du gelesen? Ja, ne. Gut, habt ihr hier erstmal noch irgendwas für den Schlüssel-Szenen zu sagen? Nee, ich glaube, da haben wir alles gesagt, was zu sagen gab. Denke ich auch. Dann würde ich sagen, lieber Jonas, gib uns doch noch die Zusammenfassung des fünften Teils. Gut, also der fünfte Teil, der ist, der springt sehr hin und her zwischen 1958 und 1985. Was ich übrigens echt gemeint finde, dass die Zahlen einfach nur verdreht sind. Das bringt einen sehr gern durcheinander. Ich fange deswegen einfach an mit 58, erzähl das zu Ende und dann springe ich nach 85. Ja, Beth muss zuerst vor ihrem Vater, dann vor Henry Bowers fliehen. Warum gehen wir wahrscheinlich später darauf ein? Sie trifft dann ihre Freunde am Clubhaus. Die fliehen gemeinsam in die Kanalisation, weil Bauers und Konsorten ihnen auf den Fersen sind. Eddie kennt instinktiv in der Kanalisation den Weg. Sie machen sich dann auf die Socken zur Behausung von S. Und auf dem Weg bekämpfen sie erfolgreich einige Erscheinungen. Schließlich angekommen, sehen sie S. als riesige Spinne. Bill führt eine Art außerkörperlichen Kampf, irgendwie so ein geistiges Ring oder sowas. Ja, er kämpft auf jeden Fall mit S und kann die Oberhand erringen. S. flieht, sowohl in diesem psychischen Ding als auch in Spinnengestalt. Aber irgendwas ist mit der Gruppe passiert, weil als sie die Höhle verlassen wollen, ist kein richtiges Gemeinschaftsgefühl mehr da und Eddie verliert deswegen auch seinen Orientierungssinn. Also da ist irgendwie das Kathed nicht mehr intakt. Und um die Gruppe wieder zusammenzuschweißen, kommt Beth auf die Idee, mit allen Jungs zu schlafen, um irgendwie die Gruppe wieder zu einen. Das funktioniert auch wunderbar und sie entkommen aus der Kanadisation. Draußen legen sie dann den Spur ab, es wieder zu bekämpfen, sollte es je wieder kommen. 1985 Henry Bowers überfällt Mike in der Bibliothek und verletzt den auch augenscheinlich tödlich. Wird allerdings selbst auch verletzt sogar schwer. Mike kann jedoch noch einen Krankenwagen rufen und überlebt. Bowers sucht unterdessen die anderen im Hotel auf. Er beginnt bei Eddie, bringt es dann aber doch nicht hin, Eddie zu töten, sondern Eddie ersticht Bowers mit einer abgebrochenen Wasserflasche. Tom und Audra treten mal wieder in Erscheinung. Die haben Albträume, in denen sie in den Körper von Henry bzw. Beth stecken. Penny Weiss Penny Weiss ergreift Besitz von Tom. Dieser entführt dann quasi in Besessenheit Audra und bringt sie in die Kanalisation. Als sie dann es sehen in Spinnengestalt erleidet Tom einen Schlaganfall und stirbt und Audra wird katatonisch. Die verbleibenden Freunde machen sich dann ebenfalls auf den Weg zum Nest. Die Geschichte von 58 erholt sich mehr oder weniger mit ein paar Variationen. Der geistige Kampf wird von Bill und Richie gemeinsam bestritten und geworden. Eddie wird der Arm abgebissen und verblutet und während Ben die Spinneneier von S zerstört jagen Bill und Richie die Spinne und töten ja genau jagen und töten Bill und Richie die Spinne währenddessen bricht in Derry die Hölle los. Ja das war's mit der Hauptgeschichte dann kommt da noch so ein Epilog die Freunde reißen nach und ab Ordra heilt durch eine Fahrt auf Silver und ja ist auf jeden Fall wieder normal und alle fangen an die Geschichte zu vergessen und diesmal auch Mike Mike diesmal auch genau Ja ich danke dir ganz sehr für die Zusammenfassung Ihr merkt schon das Ende ist genauso konfus wie es gerade gewirkt hat es ist wirklich so schlimm und so durcheinander es lässt sich meiner Meinung nach auch wirklich schwer lesen obwohl es von der Sache ja doch recht spannend ist aber ich würde sagen bevor ich anfange zu schreien reden wir einfach wirklich über die einzelnen Szenen genau also wie gesagt es geht los indem wir 1985 die Blutsbande wieder erneuern wie gesagt Mike wird von Henry verletzt relativ schwer und als er den Krankenwagen rufen möchte hört er eigentlich auch nur die Stimme von Penny weiss aber es scheint wohl so als wäre er trotzdem zur Zentrale durch gekommen weshalb ich gerade lachen musste als du sagtest in den Körpern stecken im Körper von Beverly steckt nämlich zu diesem Augenblick gerade Bill denn die beiden haben endlich Sex wieder Sex wie auch immer und ja ich muss sagen wir hatten schon schlimmere Sex Szenen von King auch in diesem Buch stimmt ihr mir dazu ja das schon ich fand es halt für die Handlung echt nicht wichtig deswegen habe ich es weggelassen aber ja es gab Schlimmeres es ist auch wahrscheinlich nur wichtig damit es die Erinnerung der hoch bringt an die Kanal Orgier ansonsten ist es hier einfach nur so eine Szene wo du sagen kannst oh Orgier hat recht ihm ist nicht zu trauen ja wobei sie ja nicht mal hin fährt weil ihm ist nicht zu trauen sondern ich weiß immer noch nicht warum aber ja reden wir über die schlimmste Szene in diesem Buch wir kommen ja nicht drum rum wie gesagt Beth als sie mit Bill fertig ist erinnert sich daran dass sie damals in den in den Panelen Sex mit allen hatte um sie vor dem Bösen zu retten um das Quartett wieder zusammen zu schweißen und die Welt zu retten schweißen mein Gott wie oft habe ich den Anmach spruch probiert du lass uns die Welt retten und das katett wieder zusammenschweißen na wie wärs mit uns beiden es hat nie geklappt ich ich will erst mal ganz kurz wir können da gerne darüber diskutieren aber erst mal will ich wirklich rein oberflächlich fragen hat King komplett den Arsch offen oder ja erstens fairerweise muss ich wie gesagt sagen diese ganze sexuelle Komponente ist bei mir noch wesentlich verstärkt durch die Filme die ist im Buch nie so krass wie es in den Filmen ist das heißt das kann durchaus sein dass ich das auch noch schlimmer empfinde als es eigentlich ist aber es ist schon so wie es da steht schlimm genug ja vor allem weil die Filme natürlich vor dieser Szene zurückschrecken genau ja ihr müsst euch vorstellen wir haben hier ein ich glaube wie alt ist sie zehn elf ja mittlerweile vielleicht zwölf also am Anfang der Geschichte sind sie elf das ist ja jetzt ein Jahr so rum aber älter sind sie auf keinen Fall sagen wir mal zwölf im besten Fall ein zwölfjähriges Mädel mit auch wenn es vielleicht ihr selbst noch gar nicht so aktiv bewusst ist einer zumindest Anlagen von einem sexuell gewalt motivierten Trauma und ihr einziger Zweck die Welt zu retten ist Ficken damit die Kerle sich wieder vertragen da geht's ja schon los das ist aber der erste Punkt der zweite Punkt ist der natürlich schwingt darin mit ja wenn das Mädel als Mädel ja nur mit Kerlen rumhängt ja natürlich muss das dann doch eine Schlampe sein wie sie alle sagen und das wird ja im Buch immer wieder thematisiert dass sie ja schon kritisch angeguckt wird von allen anderen und inklusive ihrem Vater der ja am liebsten selber würde das ist das nächste dass man mit dieser Szene diesem Klischee auch noch recht gibt dann geht es weiter mit der reinen da kannst du jetzt wieder argumentieren okay das kommt eben aus diesen ganzen alten Filmen ich sag nur King Kong und so wo ja die Jungfrau Gottwort werden soll und pipapo um das Böse zu besiegen aber ganz ehrlich in dieser Konstellation in diesem Alter was soll das und noch schlimmer finde ich dass Beth diejenige ist die hier sexuell übergriffig ist das heißt sie akzeptiert zum Beispiel kein Nein von den Jungs sie geht da sehr aktiv drauf zu und nimmt sich einfach was sie will und das finde ich auch noch sehr sehr bedenklich na wobei das was sie will das ist schon wieder die Frage ich glaube tatsächlich ohne diese Szene verteidigen zu wollen will ich in keiner Weise weder auf die eine Lesart noch auf die andere aber was mir an dieser Szene so missfällt wenn sie jetzt sagen würde ja ich liebe euch doch alle und ich will euch alle haben oder ich will und wenn du es nur ganz dumm formulierst ich möchte euch in mir behalten was weiß ich ich weiß gar nicht wie ich es ohne Fettnäpfchen formulieren soll aber wenn es ihr Wille wäre dann könnte ich in dieser Szene sagen okay das ist so ein Ding aber tatsächlich ist das glaube ich auch kein Willensakt von ihr sondern aufgrund ihrer Erziehung und aufgrund all dieser Dinge die ihr eingeredet wurden sind glaubt sie felsenfest daran das ist genau das was von ihr erwartet wird und das ist das was sie jetzt machen muss sonst ist sie nicht ein gutes Mädchen oder sonst ist sie nicht ein guter Teil der Gruppe das ist das problematische für mich daran das glaube ich eigentlich eher nicht weil ja wie soll ich das besser sagen es wird ja vorher nicht angedeutet dass Sex jetzt die Rettung ist aber in der Welt in der sie groß geworden ist Sex immer die Lösung für alles gewesen die Mutter schläft mit dem alten danach ist er erst mal wieder zwei Wochen ruhig und vor wohl nicht mehr das sehe ich trotzdem anders vielleicht kann ich noch richtige Worte fassen Moment Chloe hast du schon mal einen Ansatz ? Nee ich würde mich auf jeden Fall dir vollkommen anschließen deiner Meinung ich finde gerade hier hätte man das Thema Sexualität sehr viel harmloser und auf eine zivilisiertere Art anfassen sollen gerade nach den Vorgeschichten von Beverly und sowas ich finde das war eine sehr sehr unpassende Szene und sie hätte auf jeden Fall oder ich hätte mich gefreut wenn sie nicht drin gewesen wäre sagen wir so Wie siehst du es denn siehst du es als Willensakt von ihr oder siehst du es als eine Erwartungshaltung die sie versucht zu erfüllen oder siehst du es vielleicht sogar tatsächlich als Fremdbestimmung von allen durch das Weiße Ja man muss ja wissen dass sie noch ziemlich jung ist also ein Zwölfjährige kann so eine Entscheidung wahrscheinlich schlecht auch ohne alles was vorher passiert ist und ohne alle Einflüsse sehr schlecht treffen und gerade eben gerade wegen ihrer Vorgeschichte wegen ihrem Vater und sowas glaube ich dass sie gedacht hat es sei eine Notwendigkeit und dass sie sich eingeregelt hat wenn ich das jetzt nicht mache dann ist ja alles verloren und ich muss das machen und dass sie deswegen auch gesagt hat oder dass es ja genau dass sie eben auch gesagt hat das muss jetzt so sein also ich glaube nicht dass sie es unterbewusst auch gewollt hat also sie dachte halt einfach nur es muss jetzt sein Jonas Meinungen wenig Meinungen ich habe die Szene hingenommen und habe aber nicht weiter großartig drüber nachgedacht weil ich ich habe noch nicht mehr verstanden warum das Gruppengefühl auf einmal weg war und dann habe ich mich auch nicht damit beschäftigt wieso es deshalb wieder zusammen kommen sollte und ja nee das ich habe mich bemüht es weitgehend zu ignorieren okay aber es ist jetzt auch nicht so dass sie dich so in den Arsch gebissen hätte die Szene dass du dich darüber sehr geärgert hättest ja schon natürlich hatte die Auswirkung auf mich die Szene weil streng genommen haben wir hier Kinderpornografie in literarischer Form und ja ja ich glaube ich bin halt mit dem Versuch herangegangen das ganze nicht zu beachten okay also die Szene ist natürlich total daneben ähm ich beiß mich immer noch dran fest an Beverlys Beweggründen ich glaube er interpretiert vielleicht tatsächlich zu viel Film ins Buch weil es in den Filmen tatsächlich erheblich deutlicher die sexuelle Übergriffigkeit dargestellt wird ähm mir geht es aber tatsächlich mit der Szene auch eher wie Jonas ähm ich habe auch versucht die eher auf einer symbolischen Ebene zu lesen als auf der tatsächlichen aber auf der symbolischen Ebene ist sie ja noch viel schlimmer nein das ähm warte ich habe hier ein Zitat von Herrn König das ich auch nicht glaube ich zitiere es trotzdem ähm I wasn't really thinking of the sexual aspect of it ähm the losers knew they had to be together again the sexual act connected to childhood to adulthood und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt es ist eine coming of age Geschichte ähm ich glaube er versucht es wirklich hier und ich sage nicht dass es ihm gelungen ist denn das ist ihm nicht gelungen diesen Übergang von der Kindheit ins Erwachsenen Leben zu beschreiben naja es ist also ein sehr sehr misslungner Versuch den Verlust der Unschuld darzustellen äh mit fünf Mann okay ist in Ordnung nein wie gesagt um Gottes Willen wir wissen beide auf welcher Seite wir stehen und dass wir auf derselben Seite stehen dass diese Szene indiskutabel ist als solche darüber brauchen wir nicht reden aber ich glaube tatsächlich wenn es von King nicht so gewollt wäre und ich gebe dir recht ich interpretiere viel vom Film mit in das Buch da gebe ich dir vollkommen recht deswegen habe ich diese Warnung von Anfang an gleich mit dazugegeben aber alleine diese ganze Menstruationssymbolik Blutsymbolik und der ganze Quatsch und auch diese ganze Symbolik von wegen Schwangerschaft Fortpflanzung das Ess das sich ja immer noch fortpflanzt und so weiter du kannst mir nicht sagen dass du das ganze Buch auf dieser Thematik zu großen Teilen aufbaust und dann hast du davon plötzlich nichts mehr gewusst und hast nicht mehr dran gedacht das ist jetzt die Frage siehst du das als Thema des Buches oder tatsächlich das ist für mich wie Alien siehst du das sehe ich anders also für mich ist es tatsächlich dieser Coming of Age Aspekt mit dem du ja wissen wir ja gar nichts anfangen kannst und ich glaube deswegen sehen wir das beide auch sehr anders also ich glaube tatsächlich dieses Konzept von Mutterschaft und von Fortpflanzung ist ein relativ nicht das zentrale Element aber ein relativ sehr zentrales Element von dieser Szene und von diesem Buch insgesamt denn es gibt keinen Grund warum ein S wir nennen S ja schon S ausgerechnet mit einem Konzept von Eiern und von Mutterschaft und von Fortpflanzung durch die Gegend es gibt keinerlei Grund da eine tatsächlich Blut im Abfluss Menstruation was weiß ich symbolisch reinzubringen wenn wir es nicht auf diese Lesart lesen wollen es gibt keinen Grund für einen sexuell gewalttätigen Mann und Vater wenn man das nicht in diese Szene reinbringen möchte und es gibt absolut keinen Grund dafür dass die zum Beispiel alle keine Kinder haben können es gibt wenn du diese Ebene aus dem Buch ausstreicht für alle diese Szenen schlicht keinen Grund da widerspreche ich dir also erstmal sehe ich das für mich natürlich ist dieser Kontext da leugne ich nicht aber ich sehe ihn tatsächlich nur als sehr kleinen Teil und die Szenen kannst du auch teilweise sehr anders interpretieren gerade auch diese Blut aus dem Abfluss Szene würde ich eher wieder in die Richtung erwachsen werden Coming of Age abschieben als tatsächlich auf die Fortpflanzung schiene aber warum ist es dann nur bei einer Frau weil sie da ist ja aber ich würde ich würde deine Argumentation komplett folgen wirklich wenn zum Beispiel diese Szene bei meinetwegen Ben passiert wäre da könnte man sagen ja Verlust von Blutlinie dadurch erhalbweise ist was weiß ich was dadurch okay meinetwegen er trennt sich von seiner Vergangenheit okay meinetwegen also schön und gut ja aber das ganze würde ja wieder ganz andere Themen aufmachen ich rede ja hier von diesem tatsächlich von diesem Coming of Age Thema und das ist natürlich bei Frauen anders als bei Männern ja aber wie gesagt diese das Coming of Age und gut jetzt könnten wir natürlich eine Patriarchat Geschichte draus machen aber die reine Thematik dass Coming of Age eine Bedrohung ist ist nur bei Beth so bei allen anderen bei allen von den Jungs ist das Coming of Age theoretisch ein Ziel auf das man hinarbeiten will bei Beth ist es eine Bedrohung das sehe ich anders ich sehe tatsächlich dass es hier um Emanzipation geht also jetzt nicht im geschlechtlichen Sinne sondern halt vom Kind gegenüber den Eltern und dieses ganze Erwachsenwerden Thematik zum Beispiel diese Szene ich habe den Namen Eddie wenn Eddie sich gegen seine Mutter stellt das sehe ich im selben Kontext wie diese Szene aber sie ist nicht bedrohlich das ist der Knackpunkt die spielt die Mutter ziemlich bedrohlich die ist nur eine manipulative dumme Fötze ja und die können echt gefährlich sein und wie gut sich Eddie emanzipiert hat das ist der nächste Punkt das sehen wir ja ja das sehen wir auch bei Beth dass sich das ganze im Kreis läuft ist nochmal eine ganz andere Geschichte da würde ich dir aber auch widersprechen Beth ist immer noch sie hat keine Eigeninitiative das ist übrigens das nächste was mich an ihr stört aber sobald sie Initiative für zum Beispiel den Schwur oder ihre Freunde oder irgendjemanden den sie beschützen möchte ergreifen muss dann tut sie alles was sie glaubt was getan werden muss aber für sich selbst hat sie keine Initiative das heißt für sich selber hat sie den Zyklus nicht durchsprochen aber sie kann ihn durchsprechen im Gegensatz zu Eddie also wenn man das so sieht dann müsste man ja sagen dass der einzige der tatsächlich Initiative zeigt Stan ist der den Zyklus durchbricht und sich umbringt und Ben der das Mädchen kriegt und Ben der seine Übergewichtsprobleme überwältigt hat und seine damit einhergehenden Komplexe und so weiter und trotzdem kehrt er wieder zurück an den Ort an dem alles so schrecklich war weil er einen Schwur gehalten hat aber er geht als Sieger am Ende davon und warum geht er als Sieger davon weil er am Ende das Mädchen kriegt weil das Mädchen ist ja nur als Trophäe und als Jungfrauenopfer weil sie ist ja jetzt keine Jungfrau mehr deswegen kann sie ja jetzt auch in Freiheit gehen sehe ich anders kommen wir aber noch dazu wenn wir zum Ende kommen gleich ok aber wie gesagt ich glaube wir sind uns da insgesamt also die Szene ist eine Katastrophe da sind wir uns vollkommen einig genau also das wollen wir auch niemanden in irgendeiner Form da schönreden oder was aber es ist glaube ich interessant zu ergründen was das soll und ich denke da kann man durchaus unterschiedliche Blickwinkel drauf haben auf die ganze Sache was ich in dem Kontext auch noch interessant finde auch im Blick auf das Ende also hier beschreibt er ja dass die Errettung der Gruppe durch das Ende der Kindheit durch das Verlassen der Kindheit eben durch die Sexualität ganz am Ende wird Ortra aber genau durch das Gegenteilige gerettet durch eine Rückbesinnung auf die Kindheit mit der Fahrradszene finde ich auch wieder interessant dass er da doch recht uneinheitlich hier mit seiner Symbolik umgeht darf ich gemein zu dir sein Flur das bist du immer Dela ich muss jetzt dir deinen Zahn ziehen leider an der Stelle denn der einzige Grund warum Ortra überhaupt da ist ist ja erstmal nur dass wir ein weiteres Bauernopfer für Bill brauchen und der zweite Punkt warum sie unbedingt vergessen muss ist ja wir mussten sie ja damit irgendwie mit Gewalt hinkommen und damit Bill als der glorreiche Ritter wieder seine tolle Ehe führen kann muss sie ja vergessen dass er fremdgegangen ist was sie ja durch die Augen von Beverly gesehen hat ja ich rede auch nicht von diesem Fremdgehen sondern tatsächlich von ihrer körperlichen Wiederherstellung ja aber sie vergisst ja alles und sie muss alles das tun ja alle Figuren am Ende wieder ja aber sie muss sie gehört ja nicht zum Kathett eigentlich müsste sie davon ausgeschlossen sein von allem aber die Szene ist nur dafür da damit der große Held am Ende wieder reingewaschen einen Neuendfang starten kann ja das da widerspreche ich dir nicht aber du gehst nicht auf den Punkt ein den ich eigentlich meinte ich will damit nur sagen auch hier ist wieder die sexuelle Komponente das treibende Ziel dahinter nein das sehe ich auch wieder anders na gut aber gut bevor wir uns aber an dieser Szene richtig abarbeiten wie gesagt da kann man durchaus unterschiedliche Leserabend behalten ähm Jonas hatte da gerade einen sehr guten Punkt habt ihr überhaupt verstanden warum das Quartett zu dem Zeitpunkt zu zerbrechen droht scheinbar wisst ihr alle genauso viel wie ich naja ich habe eine weitergeholte Theorie die Theorie ist dass ihr während des Kampfes ähm Bill werden gesagt kriegt ihr dürft jetzt keine halben Sachen machen das ist ja schon eine innerte Warnung aber sie machen halbe Sachen sie zerstören nicht das Nest sondern sie vertreiben das Vieh halt nur und ähm ich glaube durch dieses Versagen ist eben diese Gefahr des Zerbrechens weil wenn du als Schicksalsgemeinschaft dein Schicksal gefälligst nicht erfüllst äh dann bist du halt auch keine Schicksalsgemeinschaft mehr und damit bist du predestimiert auseinanderzubrechen so könnte man es jetzt lesen aber mir ist es auch sehr schwer gefallen man könnte es ja auch so lesen dass die Schicksalsgemeinschaft möglicherweise ja schon ihr Schicksal erfüllt hat indem sie es besiegt haben ich meine wir wissen natürlich dass es nicht besiegt ist aber das wissen sie aber auch es wird ihnen ja direkt von der Schildkröte gesagt ja Schildkröten die sagen viel wie der Tag lang ist ich habe gerade eine Turtles Flashback entschuldige mich die Schildkröte sagt das ja auch nur zu Bill die anderen sind davon überzeugt dass es tot ist sie sind aber ein Kartett theoretisch haben sie Zugriff auf die Informationen ja dazu kenne ich mich zu wenig mit dem Kartett aus ich glaubte da einfach mal naja sie haben halt auch in vielen anderen Szenen quasi diese Art von wortlosen Kommunikation wo sie alle obwohl eigentlich nur einer diese Informationen hat alle anderen es wissen oder begreifen oder wie auch immer ja aber auch innerhalb eines Kartetts kann man Geheimnisse voreinander haben das erleben wir im Turm ja auch regelmäßig ja stimmt gut dann würde ich sagen springen wir in die Gegenwart oder nee woher ist und da geht es schon wieder weiter wo ich das Ende fürchterlich konfus finde die Szene mit Beths Vater und ihrer Flucht die überhaupt erstmal dazu führt dass sie in der Kanalisation landen ich will die jetzt nicht im Detail besprechen aber die fand ich auch sehr eindrucksvoll und doch sehr bedrohlich ja auf jeden Fall da merkt man da zeigt sich explizit dass der Vater auch ja ich sag mal nicht vor sexuellem Missbrauch zurückschrecken würde und ich habe mich dann auch irgendwie jetzt bei der ganzen Zusammenfassung gefragt okay man kriegt nicht erzählt wie es nach 58 mit Beth weiterging genau ich glaube die Informationen wissen wir nur aus dem Film dass sie dann irgendwie zu ihrer Cousine Tante was auch immer irgendwie aber im Buch war das glaube ich nicht Thema die sagt was heißt ich glaube da gibt es dann in der Anschlag auch noch ein paar Informationen aber so ganz im Kopf habe ich das auch nicht mehr jetzt gut dann ja Chloe wie ging es dir denn mit dieser Fluchtszene und der ganzen Sache fandst du die auch spannend oder hat die dich eher kalt gelassen oder doch ich würde mich da anschließen also ich fand sie auch spannend und vor allem wie ich das auch schon mal kurz erwähnt hatte dass hier ihr Vater einfach einer dieser realen Ängste ist das merkt man da auch sehr also eine sehr reale brutale Angst vor dem man auch flüchten muss weil sie einem halt auch wirklich was antun kann und auch hier haben wir halt wirklich wieder nicht nur aktives weggucken sondern tatsächlich dumme Kommentare von den Leuten die sie im Zweifelsfall um Hilfe fragt beziehungsweise an denen sie halt während ihrer Flucht vorbeirennt und alle geben noch dumme Kommentare beziehungsweise gucken aktiv weg das fand ich in der Hinsicht auch nochmal ganz interessant genau ja ich auch gut dann kommen wir wieder zurück ins Jahr 1985 und wir finden Henry wieder ähm lustig fand ich hier er trifft auf Zombie Belch und der holt ihn mit einem Auto ab das verdächtig an Christine erinnert ging euch das auch so das Auto ist Christine ganz eindeutig ja sehe ich auch so gut ja ähm wie gesagt Henry überfällt dann auch Eddie und der schafft es sich gegen ihn zu wehren wobei er sich wieder mal den Arm bricht aber er schafft es ihm auch ein Auge auszustechen und Henry damit umzubringen hier haben wir wieder die ausgestochenen Augen woher wohl dieser Tick kommt das würde mich ernsthaft interessieren jedenfalls versammeln sich die äh fünf nein wie viele wie auch immer die Freunde dann in Eddies Zimmer und finden heraus dass Mike eben extrem schwer verletzt ist und ja sie wissen halt sie müssen jetzt handeln ob er jetzt dabei ist oder nicht weil das KZ ist eh schon geschwächt dadurch Stan ja tot ist und sie haben nur die eine Chance deswegen nehmen sie jetzt den selben Weg in die Kanalisation wie damals und dort findet Bill auch die Handtasche von Ottawa die ja von Tom dahin verschleppt worden ist ja hab ich wie gesagt nicht verstanden was das soll es geht nur darum dass wir wieder irgendwas wegnehmen können aber es ist eine Schwachsinn zu sehen weil sie sich eh schon entschlossen hatten zu kämpfen ja vielleicht soll es einfach die die Messlatte höher legen aber es gibt für mich auch jetzt nicht unbedingt Sinn ja ich glaube es geht halt darum Bill zu schwächen weil er der Anführer des Quartetts ist wie gesagt und da er ja im ersten Anlauf es besiegt hat mehr oder weniger im Alleingang müssen wir ihn jetzt psychisch schwächen und das machen wir am besten indem wir ihm was wegnehmen was er lieb hat meine Vermutung ist ja dass King Ordra mit reingeschrieben hat er wusste auch nicht genau wofür und ihm ist dann auch nichts mehr eingefallen mh geht durch die Reste aber ganz ehrlich lieber Ordra als Damsel in Distress als dann auf einmal noch Beth ja das ist richtig also wenn man diesen Trope schon einsetzen muss dann lieber mit so einer egal Nebenfigur als dann mit einer Hauptfigur die man doch wenigst halbwegs interessant gestaltet hat bis jetzt aber ich hätte es tatsächlich cool gefunden wie du vorhin schon sagtest wenn wir einfach eine Eddies Ehefrau entführt hätten und er dann so ach ja komm wir gehen einfach nochmal schinesisch essen das hätte ich besser gefunden das wäre cool gewesen vielleicht erleben wir das ja im Teil 2 des Kinofilms das würde mich freuen was jetzt kommt und das finde ich auch einen sehr genialen Teil in diesem Buch ist ein kleines Kapitel aus der Sicht von Es und da muss ich sagen auch hier wieder die ja vernünftigste Frauenfigur im Buch ich mag es es will einfach nur seine Ruhe es will da vor sich hin fressen und vor sich hin existieren und die scheiß Ballern gehen ihm auf den Sack und machen ihm Angst ich verstehe das die sind auf meinen Rasen getreten was soll der Scheiß ich verstehe es auch es ist ja man braucht keine Motivation wenn man ein kosmisches uraltes Wesen ist man will einfach nur seine Ruhe ja und ich hab auch tatsächlich wirklich Mitleid mit ihm gehabt ich mein der war zuerst da ja aber Alter ist keine Entschuldigung und auch nicht alter nicht aber wenn sich jetzt auf einmal jemand in deiner Wohnung einlistet dann fress ich den halt auch ja die Sache ist ja die dass sie haben sich ja nicht direkt eingenistet sondern sie waren halt da und sie waren halt sein Futter und das Futter wehrt sich auf einmal das kann halt passieren aber die haben sich eingenistet er saß da hat so mit zwei drei Dinos gekuschelt und alles war schön keiner ist ihm auf den Sack gegangen und dann kommen die Idioten auf einmal auf die Idee dass sie jetzt unbedingt dort siedeln müssen das wäre ungefähr so Jonas als würden in deiner Wohnung plötzlich eine Herde Rindviecher einfallen und da jetzt wohnen wollen irgendwann würdest du auch denken ach bleib ich halt hier ja genau das ja ok Chloe wie hat dir denn diese Szene gefallen hast du da Sympathie für ihn empfunden für S ja schon irgendwie also ich war erstmal sehr perplex weil ich überhaupt gar nicht damit gerechnet hab und vor allem hat es S finde ich sehr menschlich gemacht auf einmal und ich hatte auf einmal irgendwie einen Bezug zu S was ich vorher überhaupt gar nicht hatte also wirklich über das ganze Buch hinweg hatte ich gar kein Gefühl konnte es gar nicht durchschauen aber ich fand es cool also hat ihn mir auch sehr sympathisch gemacht oder sie sehr sympathisch gemacht ja wir haben aber hier auch wieder Makroversum Totensichter geschwurbelt das ein bisschen komisch ist ja aber gut da muss man mit leben aber ich glaube da muss man ihm fairerweise auch sagen ich glaube da verlässt einen auch einfach Wildsprache ich kann dir vorstellen dass diese Szene in seinem Kopf voll toll war aber die kriegst du halt nicht ausgedrückt auch wenn du dafür bezahlt wirst ja denke ich auch aber diesen Rückgriff und diesen Kniff haben wir ja schon in anderen Büchern gehabt das wir plötzlich aus der Sicht des Gegenspielers gelesen wir hatten das bei Kujo wir haben das bei The Stands zum Beispiel sehr oft bei Flake gehabt der ja auch aus verschiedenen Entitäten plötzlich die Szene nicht beobachtet oder damit interagiert also dieses Element von außen die Szene einmal zu beleuchten die haben wir öfters und das finde ich eigentlich auch immer einen netten Rückgriff ja das macht gerade die die Gegner doch noch mal zu realeren Wesen ja und dann haben wir wie gesagt den großen epischen Endkampf erst mal 1958 wir treffen die Schildkröte während des Kampfes die uns eben wie gesagt auch warnt dass wir eigentlich unseren Job noch gar nicht fertig gemacht haben Bill besiegt es auf psychische Ebene im Ritual von Schütt was der Blödsinn soll habe ich auch nicht verstanden und die Kinder fliehen wie gesagt trotz der Warnung und schwören nach der erfolgreichen Flucht dass sie sich wieder zusammenfinden falls das Ding doch wieder ans Leben zurückfindet ja Ritual von Schütt gibt es Meinungen ich habe es nicht verstanden geht mir sehr ähnlich es ist sehr sehr ja 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 da schließe ich mich an so geht es mir auch ich habe es dann auch direkt gegoogelt wo es das erste Mal vorkam ich habe es auch danach nicht verstanden muss ich sagen was ich dich fragen wollte wo weißt du das zufällig dieser Begriff des Schütt es klingt für mich sehr nach Turm ich weiß aber nicht ob es das wirklich im Turm irgendwo mal gibt weißt du da was ähm ich kann mich nicht erinnern dass es irgendwo im Turm tatsächlich so genannt wird es kann sein dass vielleicht irgendwann tatsächlich so etwas erwähnt wird aber es klingt tatsächlich nach so einem alten Turmweltritual es klingt für mich halt nach den Männer nach den nach den alten langhaarigen Typen die da so die Portale und die Bücher bewachen und so ja ich würde es auch so einordnen aber es wird nie nirgendwo so wirklich behauptet gut dann springen wir jetzt in das Jahr 1985 und hier haben wir wieder und das finde ich wieder wie immer ganz grandios diese äh Manifestation des Bösen im Wetter denn es bricht die Hölle langsam über Dowie los die Turmuhr schlägt nicht äh viele haben schon von Anfang an so ein ganz komisches Gefühl obwohl es keinen Grund dafür gibt äh der Regen fängt an nimmt sehr schnell extreme Ausmaße an es kommt zu einem extremen Sturm und ja es braut sich halt im wahrsten Sinne des Wortes was zusammen und Mike kommt im Krankenhaus äh langhaar wieder zu Bewusstsein und merkt plötzlich dass seine Pfleger äh besessen sind von es und ihn umbringen wollen das spüren aber und da sind wir wieder bei dem Thema mit der Geisterübertragung mit der Gedankenübertragung das ich vorhin schon erwähnt hab seine Freunde spüren dass etwas nicht stimmt und schicken ihm quasi in einem großen Schwung einen Haufen Kraft damit er das Ganze bekämpfen kann und überlebt Thoughts and Prayers sie funktionieren doch ja also erstmal äh der Sturm und auch alle seine Beschreibungen und alles was da passiert finde ich großartig ähm das macht auch die Stadt nochmal in ihrer in seiner Zerstörung so richtig lebendig ja äh die Szene mit Mike ist tatsächlich ein bisschen äh also wir befinden uns hier wieder in einem großen epischen King-Finale und wir wissen ja auch von der Hand Gottes und anderen Dingen dass da öfter mal Probleme auftreten können das finde ich ist auch eins davon generell ist das ganze Ding wieder ein typisches King-Finale das groß und ewig sein sollte und es nicht ist außer das Wetter das Wetter ist geil also irgendwie das gesamte Ende ich hab mich nicht mehr durchgeblickt ich hab's auch gehört und so aber ich hab wenig verstanden ging mir aber genauso ich hab's gelesen und ich wie gesagt ich hab das Buch jetzt das dritte Mal gelesen oder so oder sogar das vierte Mal und ganz ganz ehrlich selbst ich hab's nicht begriffen und selbst ich bin am Ende nur noch kopfschüttelnd da gestanden weil ich mir zu dumm war einfach es war bei mir jetzt das achte Mal oder so und ähm auch mir geht es so aber wie kann man denn ich mein ich will das Buch mögen wirklich ich hab mir wirklich Mühe gegeben das Buch zu mögen es gelingt mir nicht aber das ist ein anderes Blatt aber es hätte ja ein gutes Buch sein können wie kann man denn auf dem Ende auf dem großen wirklich wichtigen Finale nur um des Deals wegen so eine konfuse Scheiße schreiben ich mein die Geschichten einzeln für sich betrachtet sind ja okay aber es wird halt so konfus weil die Zeitebenen sich ständig verschieben das finde ich noch nicht mal das Störende es sind wieder tatsächlich so Entscheidungen wie das Thoughts and Prayers also wir schicken unsere guten Gedanken an Mike damit der die Kraft hat seinen Angreifer zu besiegen das sind eher die Sachen die mich stören das wilde hin und her springen zwischen den Zeitebenen ist anstrengend aber damit kann ich tatsächlich leben was mich an dem ganzen Ende noch am allermeisten stört ich sehe das vollkommen ein dass das Ritual und dieser Endsieg über das Viel jetzt schwerer ist weil sie ja auch erwachsen sind aber meiner Meinung nach müsste es in der Beschreibung noch viel viel schwerer werden und viel viel mehr Verluste mit zu springen weil nicht nur erstens sie älter sind und weniger Fantasie haben und den ganzen Blödsinn sondern vor allem auch weil eben das Katette nicht mehr vollständig ist erstens Mike ist nur so halb dabei Stan fehlt komplett für mich ist es obwohl sie Schwierigkeiten haben trotzdem noch viel zu einfach also es kommen tatsächlich sehr viele Leute lebend raus am Ende wieder bei sieben Hauptfiguren hätte ich tatsächlich mit weniger gerechnet nicht mal unbedingt dass sie sterben das ist okay aber vielleicht dass einer wirklich mal eine geistige klatsche wegkriegt oder was weiß ich was oder eben wirklich den Wahnsinn ins Gesicht zieht nicht nur Audrey sondern eben einer von den sieben Hauptpersonen das hätte ich cool gefunden und das hätte ich verstanden aber sie gehen ja außer Eddie wirklich komplett unbeschaltet aus der Nummer raus ja das hat mich auch sehr gewundert vor allem weil ja so happy end eigentlich was etwas ist was für king eigentlich sehr untypisch ist und vor allem weil am anfang ja auch schon so angemerkt wurde dass sie wahrscheinlich nicht mehr nach hause kommen werden da hat mich schon gewundert dass wirklich der einzige der da mit also nicht gut rausgekommen ist Eddie war gerade diese anmerkungen am anfang der bücher dass irgendwas schlimmes passiert macht er ja sehr gerne nur meistens stimmt das dann auch das hat mich auch gewundert dass hier tatsächlich so viele leute relativ heil rausgekommen sind was mich jetzt noch interessieren würde warum glaubt ihr erwischt es dann ausgerechnet Eddie ist auch wieder ausgewürfelt oder hat es einen tieferen Sinn ich habe darüber was gelesen jetzt muss ich nur meinen Unterlagen sind ich habe keine Ahnung warum es Eddie ist ich fand nur diesen Zirkelschluss dass er genauso wie George den Arm verliert und dann stirbt den finde ich auch ganz hübsch ja das ist mir auch gefallen auf jeden Fall ich finde es nicht mehr genau aber ich glaube es gab hier auch die Reihenfolge in der die Figuren sterben es ist die Reihenfolge wie sie mit Beverly schlafen stimmt das Stan hat mit Beverly geschlafen als erstes ich glaube ja weiß es auch nicht genau aber warum sind dann die anderen nicht tot das kommt noch nach dem Buch direkt was ich mir vorstellen könnte dass Eddie dran glauben muss wer der einzige ist der gar nicht aus seiner Zeit raus kam ich meine wie gesagt wir haben das schon geklärt Beth ist zumindest in Teilen ausgebrochen sie ist zumindest in Teilen souverän geworden im Laufe ihres Lebens spätestens als sie den Anruf gekriegt hat und ihren Mann verlassen hat Bill ist wie gesagt aus seinem Stottern raus gekommen er hat eine erfolgreiche Familie eine erfolgreiche Frau er ist auch sonst erfolgreich hat auch so ein bisschen seine Schuldgefühle und seine Einsamkeit natürlich bekämpft verdrängt wie auch immer man es nennen will Ben hat glaube ich einen großen Sprung gemacht und so weiter das heißt alle außer Eddie sind zumindest Teilen aus ihrer Spirale da raus gekommen und da Eddie der einzige war der sich dagegen schlicht unergreifend immun aufwiesen hat muss es den halt erwischen damit es weitergehen kann ich finde Richie ist nicht wirklich aus seiner Rolle als Kind rausgekommen er macht immer noch die Stimme hat sich da weiterentwickelt sogar das einzige was er geändert hat er trägt keine Brille mehr sondern Kontaktlinsen ja stimmt was und auch Beth ist nicht so wirklich aus dieser Gewaltspirale rausgekommen da sehe ich das bei ihr genau wie bei Eddie mit dem Anruf erst da kommen sie wirklich aus dieser Rolle raus in die sie so reingewachsen sind hast du hast nicht mal gefunden warum du glaubst dass er dran ist wie im Reihenfolge meintest du ja irgendwas mit Symmetrie dann also aber ganz richtig hat das dieser Artikel den gemuten hast ok ja was ich hier noch interessant fand ist dass hier die Rollenverteilung eine andere ist wer dann wirklich de facto es besiegt das fand ich auch ganz interessant dass es hier eben nicht mehr nur Bill ist sondern eben primär Ritchie der eben ja die Sache psychisch diesmal in die Hand nimmt während Eddie es körperlich bekämpft und dass Ben dann die Eier zerstört und Bill letzten Endes das Herz zerquetscht und diese Dinge also hier haben wir dann wirklich eine etwas gerechtere Aufteilung der der Tatsache was macht eigentlich Bauer die bleibt zurück und macht nix meine ich das ist aber schön wie emanzipiert sie auf einmal wieder ist aber sie hat ja ihren Job schon getan weil die Jungfrau ist sie ja jetzt nicht mehr die ungeretet werden muss sie auch nicht na wenigstens was aber was ich ganz hübsch fand ist wie tatsächlich die ganze Stadt so mit in sich zerstört wird während das Herz eben von es schaden nimmt das fand ich echt hübsch also diese ganze Beschreibung dieser kleinen mini apokalypse die war cool ja fürs protokoll bet bleibt bei eddie halt bei der leiche das ist aber auch als tot ja kümmere dich mal um den toten ja männer retten die welt als krankenschwester bist du gut genug ja aber ich möchte jetzt gerne noch mal auf die Sachen mit der Schwachschaft eingehen mit den eiern glaubt ihr es hat sich schon fortgepflanzt und das ist nur der neue Zyklus glaubt ihr sie haben es unterbrochen bevor es eier legen konnte tatsächlich oder wie interpretiert ihr das ich hab keine ahnung weil ich mir nicht erklären kann wie die eier hätten befuchtet werden sollen ich bin mir gar nicht sicher ob es da bei diversen spinnen arten tatsächlich so wie bei schnecken so selbst Gedehns gibt ich weiß es auch nicht aber ja es steht nicht geschrieben also ist nicht passiert so ungefähr sehe ich das ist ja meine du weißt wie bei der symbolik bei mir wenn es da nicht explizit steht dann ist das auch nicht so und außerdem wenn es denn wirklich im flitzerdunkel haust hat es auch andere gewesen vielleicht wollen die ja auch nur ficken weiß man ja nicht ich sehe es auch ich entschuldige ich muss dich kurz unterbrechen ich habe gerade einen gedanken an lustige tentakelwesen denen wir auch schon begegnet sind ich möchte jetzt bitte abgeholt werden nein ich lasse mich den tentakelwesen noch allein aber ich gehe lieber in die jüdisch christliche mythologie also für mich ist das eher auf symbolischen ebene wie mit Lilith der ersten Frau Adams im paradies die dann zur Mutter aller Monster wird für mich ist das gar nicht es das sich fortpflanzt weil ich glaube auch nicht dass es hier wenn diese Manifestation besiegt ist dass es wirklich tot ist für mich ist das einfach ein Symbol für das Unheil das es in die Welt bringt ja und dann haben wir ja in dieser lustigen Weltuntergang Szene als Dowie so auseinander fliegt noch eine alte Bekannte getroffen nämlich Becker Paulson das hatte ich auch noch ganz niedlich wenn ihr nicht wisst wer Becker Paulson ist hört euch unsere erste Podstock Live Folge an die Offenbarung der Becker Stifte mögt die in Löchern im Körper stecken dann hört sie vielleicht doch nicht an hallo Stefan das habe ich glaube ich tatsächlich gar nicht mit bekommen eine Frau namens Rebecca Paulson fand in Heilen einen 50 Dollar Schein auf der Fußmatte ihrer Hintertür zwei Zwanziger in ihrem Vogelhäuschen und sogar einen Hunderter der an einer Eiche auf ihrem Hinterhof klebte ihr Mann und sie bezahlten mit diesem sozusagen von Höhe gefallenen Geld zwei Raten für ihren Bombardier Skido Ach schon Und dann habe ich mal noch eine Frage an euch Während wir in der Kanalisation rumstolpern haben wir doch ein Bild an der Tür Wisst ihr was ich meine äh ja ja ich weiß sogar wie das Symbol aussieht genau kann einer von euch irgend einer von euch irgendwas damit anfangen sieht ein bisschen aus wie ein F weil ich kann mir nicht vorstellen dass es nichts zu bedeuten hat aber ich konnte es nicht finden nicht raus finden ich habe auch nichts heraus gefunden was das bedeuten soll ok gut ja und dann haben wir wie gesagt am ende nur noch das zwischenspiel wie alle langsam nach hause zurückkehren alle dinge vergessen und auch mike diesmal alles vergisst denn sein tagebuch verblasst langsam und dann wie gesagt noch diese schöne szene wo bill sein ort war mit seinem dämlichen fahrrad rettet keine ahnung ich weiß es nicht das ist so ein erzwungenes happy end hier noch also das finde ich auch komplett überflüssig viel cooleres ende wäre gewesen wenn mike im krankenhaus tatsächlich stirbt und da er ja der konz der ganzen sache ist mit ihm die erinnerung stirbt und mit ihm damit auch das projekt das wäre ein geiles ende gewesen das hätte auch mehr sinn ergeben ja aber dann hätte ja das böse gewonnen und dann wäre das ja auch nicht ganz so cool doch das wäre realistisch gewesen ja nun gut ähm Chloe hast du noch zu den letzten Szenen irgendeine Ergänzung ähm eigentlich nicht mehr okay Jonas ne es ist alles gesagt was gesagt werden musste und Flo bei dir wir würden uns doch nur wieder streiten du hast ja recht gut dann würde ich sagen kommen wir doch mal ein kleines bisschen auf den ganzen Meta Quatsch über die Symbolik habe ich schon zu großen Teilen geredet wie gesagt wir haben hier viel Sexualsymbolik Menstruation zyklisches Wiederkehr Mutterschaft Fortpflanzung aber auch Erwachen sowohl von Sexualität als auch von Bewusstsein das Böse existiert weil wir wegsehen wir haben außerdem magische Kinder natürlich auch den Magic Negro das Prinzip von Angst als Energie und überhaupt das Thema Angst in jeder seiner Formen wird hier ganz breit getreten genau und wir haben und das finde ich auch ganz interessant es gibt ja diverse philosophische Konzepte und hier ist halt wirklich diese Tatsache oder dieses Gedanken Modell von Gedanken Gefühle und derartige Dinge Formen oder Glaube Formen erst unsere Realität und da sieht man halt wirklich an den Sachen wie mit dem Asthma Spray das als Waffe funktioniert aber gleichzeitig als Heilmittel obwohl es ja nur Wasser ist und ja aber eben auch gleichzeitig dass aus den Bildern aus Filmen und so weiter dann tatsächlich die Manifestation von S werden also hier kann man wenn man will wirklich eine klassische Philosophie Schule reinlesen aber ja gibt es noch Symbolik Ergänzungen? Ich habe eine ganz tolle Kritik gelesen auf der Suche nach dem Sinngehalt der Geschichte und da war ein Zitat Angst ist auch ein Placebo wie der Aspirator von Eddie und ich finde das ist eigentlich eine ganz schöne Aussage vom Buch Ja fand ich nett Ja das schaust kann man drüber ja lass ich gelten Und was ich noch lustig fand und da kommen wir wieder auf Nietzsche und Gott ist tot Im letzten finalen Endkampf stellen wir fest dass die Schildkröte da schon verrottend drum liegt Das fand ich auch niedlich Wobei das dann die Frage aufwirft Floor wo würdest du es dann wenn die Schildkröte tot ist wo würdest du es im Turm einordnen zeitlich Weil eigentlich ist der Beiden ja nicht gefallen oder Ich bin mir auch nicht sicher ob bei solchen Wesen Tod gleich Tod ist Vielleicht ist das auch einfach dass sie sich häuten und in ein anderes Universum weiterziehen oder sowas Ansonsten kann es natürlich sein dass wir jetzt hier mit einer Parallelwelt zu tun haben die einfach zeitlich ein bisschen verschoben ist sodass die ganze Geschichte dieses 1985 erst nach 2000 Schlag mich tot in der anderen Welt spielt aber das ist natürlich wieder alles hoch spekulativ Gut dann ist die Frage wollen wir noch kurz wirklich über die Klarverbindungen reden oder belassen wir es bei denen die wir schon im Gespräch genannt haben ich denke wir können es mal noch kurz nennen dann fang ich ja fang du an na gut wir hatten ja schon die Schildkröte genannt die ist ein wichtiger Teil im dunklen Turm Zyklus und auch genannt hatten wir Dick Halloran der später Koch im Overlook Hotel in Shining wird genau außerdem haben wir wie schon erwähnt Stotterbill nochmal als diesen Roboter im Turm halt außerdem haben wir Mike Händler nochmal betroffen in Schlaflos das haben wir ja auch schon erwähnt und in der Anschlag treffen Beverly und Richie auf Jake Epping Und was ich übrigens auch noch fand er mit seinen lustigen Stimmen und so weiter wirkt mich dann später auch sehr an den Radiomoderator aus Das Schwarze Haus erinnern Das Schwarze Haus da gibt's auch Andeutungen auf andere Außenseiter also diese Wesen das verbindet das Ganze auch mit Desperation Regulator Wahn der Bibliotheks Polizist der Turm natürlich das Bild und Sarah Dann hatten wir auch schon erwähnt Christine taucht hier auf und einen weiteren Hinweis und damit eine weitere Querverbindung auf Christine gibt's auch im Zeitraffer Genau und ansonsten Moment Genau Ben baut übrigens auch das Bürgerzentrum von Beverly nochmal neu wo dann auch in wo dann auch Susan Day ihre umstrittene Rede hält wo sie dann in Schlaflos auch enthauptet wird Außerdem treffen wir Pennywise wie gesagt noch sehr oft unter anderem in das Monstrum Tommy noch aus und so Wir haben wieder die Erwähnung in Dattel das haben wir ja gerade schon gehabt und ja wie gesagt sehr sehr viele Dinge in Turm halt und das fand ich noch ganz lustig William Halleck aus der Fluch kann das Wort Krebs nicht aus seinen Gedanken bekommen und er in der englischen Version spricht dann immer davon Like an ihre Clown Sturdy Balloon und ja da geht halt leider in der deutschen Übersetzung komplett verloren weil da spricht er von wie das hämische Gesicht eines Kastentrefels Dann haben wir ja schon Becca Paulson aus Das Monstrum und die Offenbarung der Becca Paulson erwähnt Derry taucht ja wie auch wie gesagt viel auf Erstmals hatten wir es tatsächlich als Erwähnung in Menschenjagd Es kommt auch noch chronologisch in Der Anschlag Das Monstrum Das heimliche Fenster Der heimliche Garten Schlaflos Daditz Sarah und Stumm vor Genau Außerdem gibt es noch eine kleine Anspielung in fairer Verlängerung Da wird jemand darauf angesprochen dass er wie der unsympathischste Clown der Welt aussieht und da diese Geschichte auch in Derby spielt ist natürlich klar auf wen die Anspielung gemeint ist Und Joe Hill bezieht sich auch darauf dass Pennywise existiert denn in Christmasland gibt es einen Pennywise-Service Und wir haben natürlich eine Sharshanck Verbindung eben durch die Nähe dazu auch mit der Leiche denn Stephen Bischof Dubey der Mörder von Mellon wird wegen Mordes zu 15 Jahren in diesem Gefängnis verurteilt Und es gibt auch eine Erwähnung von Hemingford Home das wir aus The Stand kennen und aus ein paar anderen Kurzgeschichten Jo gibt es Ergänzungen Nicht von mir Also es gäbe natürlich noch viele Verbindungen die man ziehen könnte es werden Rosen erwähnt und sowas aber das würde glaube ich alles zu weit führen heute Genau Es gibt einen Traveller's Rest zum Beispiel den es im Turm gibt Ich habe mir zum Beispiel auch rausgeschrieben extra für dich Dela dass es hier scharlachrote Linien gibt Ja und ich glaube die Spinner hat auch gelegentlich ein paar Flecken Genau Und Sturm des Jahrhunderts hat eben genau diese Wetteranomalien wieder und es hat ein Charakter aus Sturm des Jahrhunderts eine Abtreibung in Daui Genau und das Wetter treffen wir auch in Wahn zum Beispiel oder auch in einer kleinen Stadt Das kommt also auch noch öfter vor Genau und es gibt noch die Kurzgeschichte Verdammt gute Band haben die hier und da werden wir Richie Toja noch mal treffen Ich glaube jetzt haben wir tatsächlich wirklich alles Bevor wir dann langsam doch aufs Finale zusteuern wollte ich noch kurz was über die Übersetzungen des Buches sagen denn da gibt es einige Fassungen Wie schon erwähnt im ersten Teil dieser Folge war die erste Übersetzung von der Edition Phantasia von Alexandra von Reinhardt die Welterstausgabe und da gab es einige Abweichungen also es fehlten im Deutschen ganzer Passagen es gab ein paar inhaltliche Abweichungen weil King da noch was geändert hat und teilweise gab es auch andere Reihenfolgen das das ganze wurde dann erst einige Jahre später von Joachim Körber überarbeitet und an die amerikanische Fassung angeglichen es war aber immer noch keine Komplettübersetzung die gab es tatsächlich erst 2011 bei Heine und auch die deutsche Hörbuch Fassung die von David Nathan gelesen ist wieder die basiert auf dieser endlich ungekürzten Version Das Buch hat den British Fantasy Society Award 1987 gewonnen und war für den World Fantasy Award nominiert Das Hörbuch haben wir schon erwähnt es gibt ein englisches es gibt ein deutsches das Original Hörbuch in Englisch im Kassettenformat damals noch hat 45 Stunden es ist also schon ein bisschen was und es gibt Filme und zwar gibt es eine Fernsehminiserie von 1990 mit Tim Curry oder? Komm jetzt nicht so gibt es eine Fernsehminiserie von 1990 mit Tim Curry als Penny Weiss die sich recht nah an das Buch hält natürlich gewisses Serien auslässt und die nicht schlecht aber manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch ist und es gibt die 2017 Verfilmung des ersten Teils der Vergangenheits Geschichte die sehr gut angekommen ist die auch einige Änderungen gegenüber dem Buch hat sie spielt zum Beispiel in den 80ern und nicht in den 50er Jahren und ich glaube wir sind alle gespannt auf die Fortsetzung die irgendwann jetzt 2019 erscheinen soll ich muss aber tatsächlich sagen ich fand den 2017er nicht schlecht der hat wie gesagt massive Änderungen aber er ist ja in den King Film echt wirklich gut ja das sehe ich genauso und dann hätte ich noch einen letzten Punkt King hat im August 2017 getwittert Donald Trump hat mich auf Twitter geblockt ich blocke ihn hiermit damit er weder es noch Mr. Mercedes sehen darf keine Clowns für dich Donald geh und flieg selbst im Englisch natürlich go float yourself was auch was anderes bedeuten kann ja das ist schön gut gibt es hierzu noch Ergänzungen Chloe hast du zufällig die Filme auch gesehen ja nur es ist jetzt schon ziemlich lang her dass ich den ersten gesehen habe den Remake habe ich vor ein paar Tagen noch mal gesehen habe ich auch zweimal gesehen wie findest du es denn im Vergleich also wenn du jetzt Buch und Film vergleichst was findest du besser ähm schon das Buch ich finde es gut dass manche Szenen ausgelassen wurden aber manche haben mir auch gefehlt muss ich sagen aber ich habe das Gefühl der Film wäre unendlich lang gewesen hätte man auch wirklich alles mit reingepackt von daher ok ok habt ihr denn und das muss ich wie bei jedem Buch fragen hierfür irgendwelche Zitate Chloe hast du eins nein leider nicht ok Jonas ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben ich habe eins im Kopf das kriege ich hoffentlich einigermaßen hin man kann nicht vorsichtig sein wenn man auf dem Skateboard steht ok Flo kids gedanken nachhängt die würfel waren gefallen und nicht alle Omen waren schlecht und als letztes was bist du ich bin die Schildkröte mein Sohn ich habe das Universum erschaffen aber bitte machen macht mir daraus keinen Vorwurf ich hatte Bauchschmerzen wundervoll dann bleibt mir wirklich an dieser Stelle nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten und wir bewerten wie immer von 0 bis 19 und da würde ich sagen Jonas fang du erstmal an leg du erstmal vor Es ist ein sehr langes Buch das mag ich eigentlich aber hier war es teilweise war viel drin was man hätte kürzen können trotzdem ich fand es recht unterhaltsam aber jetzt auch kein Meisterwerk ich gebe 13 Punkte Okay dann würde ich sagen Chloe wie würdest du es von neu bis 19 bewerben Ich würde sagen 14 also ein Punkt mehr weil ich doch mit den einen oder anderen Sachen die mir nicht gefallen haben fand dass es ein sehr beeindruckendes Buch war und eines seiner besten Werke Okay und damit das Ganze dann auf einer positiven Note endet würde ich jetzt erst mal meine Bewertung abgeben denn ich mag das Buch nicht ich habe wirklich 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 bei allen Anläufen versucht das Buch zu mögen und es gelingt mir nicht ich komme nicht mit diesen Zeitebenen klar es ist mir viel zu lang der ganze coming of age geht mir maßlos auf den Geist die Charaktere sind wenigstens in Ansätzen gut aber auch nur in Ansätzen und über die Szenen über die ich mich aufrege könnte ich platzen deswegen ich kann maximal sechs Punkte geben und damit übergebe ich das Schlusswort ich liebe dieses Buch es hat Fehler es hat einige Fehler die stören mich aber weniger weil ich es auch sehr mag wie Dela sich darüber aufregen kann ich finde die Charaktere sind mit die realistischsten mit die sympathischsten und besten die wir bei King bis jetzt hatten ich mag diese Spielerei mit den zwei Zeitebenen ich finde Penny Weiß einen genialen Gegenspieler es hat seine Längen aber auch diese Längen haben im Gegensatz zu den Sachen in anderen Büchern doch ihren Charme also gerade diese Zwischenspiele und sowas ich gebe volle Punktzahlen 19 Punkte ich bin mir nicht sicher ob wir weiter Freunde sein können das war mir noch nie Dela aber ihr werdet das elend Jahr im Laufe der Jahre weiter verfolgen denn wir werden euch treu bleiben es wird sicherlich noch viele weitere Folgen mit uns geben und ihr werdet zuhören können wie Flo und sich uns auch weiter den Schädel einschlagen ich Ich hoffe ihr hat sehr viel Spaß beim Anhören Ihr verzeiht uns auch das etwas ausgedehnte Format aber ich glaube bei diesem Roman kannst du das anders nicht besprechen Deshalb danke ich bin natürlich auch froh, dass du dabei warst, denn deine Perspektive, auch wenn sie meiner immer widerspricht, ist doch sehr wertvoll. Dafür bin ich da, Dela. Und ich bin froh, deine Perspektive kennenlernen zu dürfen. In diesem Sinne. Liebe Freunde, liebe Hörerschaft, wir hören uns der nächsten Folge. Was ist das? Auge des Drachen? Die Augen des Drachen, genau. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf und haltet euch von Clowns fern. In diesem Sinne. Ciao, eure Dela. Tschüss. Tschüss. Tschüss.